Go! Ich weiß noch ganz genau, ich hatte glaube ich am ganzen Körper Gänsehaut, weil es einfach so ein unbeschreibliches Gefühl war. Und ein paar Sekunden später habe ich ein Tor aufgelegt und das ist natürlich das nächste Highlight gewesen. Also es war ein unvergesslicher Moment bis heute. Du fährst meinen Pokal nicht an. Mein Pokal. Ja! Ja! Pille! Ja! Endlich! Jawohl! Kann man da zwei Mann abschütteln. Ja, das geht schnell. Richtig Fahrt auf. Oh ja man, über wieviel Meter macht ihr da ein Super-Tor? Was ist das denn für ein Donutlauf gewesen? Richtig! Dafür bist du mein Kollege. Auf geht's! Und wer hat den härtesten Schuss von euch beiden? Eins! Ja! 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 Führung! Geil! Videoanalyse mit Patrick Herrmann. Wurde er für die Nationalmannschaft nominiert. Hoffnung. Führung im Publikum. eineinhalb Jahre sehr viel verletzt war und er fast jedes Spiel von der Tribüne ausgeguckt hat, dann fällt einiges von einem ab heute und das war schon echt grandios. Meine Geschichte bei Borussia ist noch lange nicht zu Ende.